Abonita Ja, zeig mal, was du da mit deinem Laufhaut gemacht hast Ja, ist dir das so laut? Was soll ich denn dazu sagen? Hä? Ich werde davon immer wach Nimm das Butter raus Du lernst es aber auch nicht Wenn du umziehst Dann kriegst du ein anderes Laufhaut Wenn es offen ist Dann kriegst du ein anderes Laufhaut